Mein Name. Der Ombudsmann. Mein Traum. Eine eigene Sendung. Mein Lieblingsgericht. Ja, den Haag-Denk. Das finde ich spitze. Diese ethische und rechtliche Grauzone. Ich glaube an. Liebe auf den ersten Ombudsfall. Wenn ich gross bin, werde ich ja immer ein Feuerwehr-Ombudsmann werden. Was ich schon immer sagen wollte. Z.R.F. F*** euch mit euren F***-Briefen und überholt das ganze F*** um diese F***-Sendungen. Sagt doch einfach, was ihr denkt. Meine Nachricht an dich. Ja, Dominik. Es gibt noch so viele offene Fragen zu dieser Vatikansendung. Und jetzt wollte ich dir sowieso sagen. Ich könnte doch einfach mal schauen, was du sagst. Und nicht immer einfach drauf los schnurren, weisst. Ich habe dir so wenig gesehen. Ich hoffe es, dass ich mich glückchen. Ich habe dich mit. Ich bin ehrlich gesagt, nein, wir sindro.